Hallo! In diesem Video geht es um ein in unseren Breiten sehr verbreitetes Säugetier. Das Eichhörnchen. Hast du gewusst, dass das Eichhörnchen perfekt an das Leben in luftigen Höhen angepasst ist? Jeder einzelne Körperteil ist wie gemacht für den Lebensraum Baum. Dieses Video verrät dir mehr darüber. Am Ende gehen wir auch der Frage auf den Grund, ob die kunstvolle Fähigkeit des Nüsseknackens bei Eichhörnchen angeboren oder erlernt ist. Jeder weiß, wie ein Eichhörnchen aussieht. Aber eines in freier Wildbahn zu beobachten, ist gar nicht so leicht. Man muss viel Geduld mitbringen, wenn man sie beobachten will. Die Ausnahme sind Eichhörnchen, die auf städtischen Bäumen zu Hause sind. Sie haben sich an den Menschen gewöhnt und lassen sich zum Teil sogar füttern. Eichhörnchen sind also kulturvoll. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und dann auf www.sofatutor.com und dann auf www.sofatutor.com und dann auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com